Ah, da kommt man nirgendwo durch. Ja, was sind da eigentlich? Greifend nicht die Stattern, ja. Headshot. Nicht da ein Headshot. Da ist gerade Granade geflogen, wir haben es gezählt. Ah, fucken, doch gedamaged. Ich denke nur für den Ohr. Ah ne, warte, da kann man ja auch umfeuerwerfen in den Panzer. Wenn sich den in den Weg stellen, so irgendwie noch kommt halt blöd. Äh, von wo schießt's? Oh, verdammt. Also. Mit dem Fernglas, wow. Äh. Das heißt, mehr Junge jetzt da rein. Und dann. Bestimmt noch ein paar Gegner. Wo soll ich denn ausgucken? Oh, fuck. Äh. Wollen wir jetzt erstmal den Ganoven da oben weg schiessen. Hä, wo sind denn die Panzerabwehrgeschütze? Hä? Oba. Irgendwie... Da stehen noch zwei Dreckzäck. Oba. Ist hier irgendein Mg noch? Hä? 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 Ich verstehe es nicht. Äh. Weg da, Hanne, Mann. Sieht mir nichts ausser Rauch, wa? Nein. Ja, ein viel respawner da drüber ewig. Ist klar. Ja, trotzdem bliege ich es nicht, was ich dort damit machen soll. Wie scheinen sie die Panzerabwehrposition aus? Drei übrig? Das ist halt schon gesund, wenn man nicht einmal eh nicht gefunden hat. Oh. Hm, okay. Verdammt. So, okay. Das ist halt so. Jetzt gehen wir wieder runter, oder? Oh, joh. Ja, toll. Beim nächsten Schuss bin ich kaputt. Das war sowas von. Nein. Ich muss nicht stecken, wo da drin ist, da hängt. Ja. Ich muss nicht stecken, wo da drin ist, da hängt. So schnell kann man reagieren. So schnell kann man reagieren. Ja. Toll. Für mich der jetzt nicht. Ja. Schliess mir was anderes. Jetzt. Ja. 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 Was jetzt? Kann man respawnen die jetzt auch unendlich oder wie? Sieht mir fast genug aus. Oh man. Äh, stopp, hier nicht. Äh, 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 äh? Ich komme jetzt dann rüber. Ah. Was sagst du denn? Oho. Ah, verdammt. Ich bin falsch abgeschossen. Äh. Okay. Erstmal sterben, Runde. Äh. Ah, da war dann zwischendrin mindestens fünf Mal Spiel gespeichert. Oh. Oh man. Ja. Ja. So, und dann zum Motorum. Ähm. Oh, da schmeißen wir uns die Granate hin. Das sehe ich schon. Oh, da steht auch noch so'n Sack, wa? Ah, ne. Oh. 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 Oh, das ist mein Kollege so alles gesäubert. Und dann. Oioioi, so viel zu allem ist okay. BASST! Fernglas her. Ich bin in der komischen Geste. Achso, ich würde auch dazu kommen. Wie der da, wie der da herlurt. Hier geht's gleich wieder. Okay. Wow, was war denn das bitte? Ja, gehen wir mal die da raus. Ah, toll, da oben standen im GER-Fenster. Fuck. Ah, jetzt standen wieder mittendrin spielgespeichert drin oder wie. Ich versteh's echt nicht, wie die das machen. Vorhin war das noch nicht. Äh, wieder von vorne anfangen müssen. Toll. Fallschade kriegt. Auf, 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 auf. Auf, auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Ja, jetzt muss ich erstmal das Geschütz finden. So, ohne von dem Gammlicher. Von G ausgeschaltet zu wäre. So, Null übrig, jawohl! Ja, jetzt Ziele aktualisiert. Greifen Sie die Stadt an. Toll. Ich bin gleich tot. Ah, yes! Ah, fein. Fein. Äh, doch, die ist gut. Tokarev, SVT-40. Oh, das ist der Feind. Wow! Okay. Der ist irgendwo direkt hinter dir gestanden. Nice! Oh, fuck, Alter. Ah, Mann. So. Oh wow! Oh... woooow... Mann! Hohoooow..